Hi! Mini Motorways. Ähm... Moskau? Nee, recht damit. Ja. Ich hab Musik im Hintergrund an, aber die hört ja nicht, weil ich ein smarter Mensch bin. Deswegen gehen wir nach Rio... Mhhh... De Janeiro. Mhhh... De Janeiro. Mal gucken, was wir machen. Ach du... Scheiße! Das sieht gar nicht gut aus. Holy hell. Da muss ich direkt ein anderes Lied anmachen. Was haben wir denn hier noch übrig? Nee, April Lavigne mag ich jetzt nicht. Nee, Hosea auch nicht. Nee, Justin Bieber auch nicht. Was hab ich denn hier für eine Playlist an Poppits 2000... ... bis 2023. Ja, deswegen gibt's Sinn, warum da Justin Bieber dann drin ist. I love it. Ach. Aber das ist ein weirder Remix gewesen. Das wollen wir nicht. Red Hot Chili Peppers. Snow. Wie geht das denn? Ach. Das Ding hier. Nee, das singe ich jetzt nicht. Das können wir vergessen. Blömiere ich mich ja TikTok von Kiecher. Nein, brauchen wir nicht. Ja, wir gucken auch mal, wie lange wir über die Motorways noch... Ach du. Nein. Ähm. Nicht optimal, aber... Aber machbar würd ich sagen, ne? Sparen wir ein bisschen Straße wenn wir so rüber gehen. Nice. Was? Ach, übrigens... Das auch. Aber... Ich steh einfach jetzt auf, ist mir auch egal. Weil... Das ist ja... Ihr seht ja eh nicht, was ich hier tu. Facecams gibt's nicht. Ähm. Aber auf meinem Bett lag etwas. Was ihr alle kennt. Was ihr alle liebt. Ein Getränk. Ich sag nicht welches Getränk, aber ein Getränk. Ach ja. Was nehmen wir denn mal mit? Tunnel. Ja. Aber er hat das auch schon... Ich nehm den Tunnel. Aktuell ist alles fein. Wir können ja auch noch drei Runden extra drehen mit dem ganzen Zeug, was wir haben. Was gibt's denn hier noch so für Klassikers? Ja, wir gehen mal ein bisschen in die Musikwelt runter. Ach du Scheiße. Grenade von Bruno Mars. Ja guck mal, der spawnt das doch schon ganz nett. Mein Headset ein bisschen weitermachen. So. Damit die Kopfhörer, die ich unterm Headset auch hab, auch besser passen. Das ist... Ich weiß, das ist... Normale Menschen würden das über Software irgendwie machen. Virtual Audio Cable oder ein Schwachsinn. Hiiii. Da muss ich erstmal gucken, wie der Rest spawnt. For real? Kriege ich noch einen anderen oder so oder... Oder muss ich jetzt echt durch... Durch... Wow. Ich meine... Okay. Ich hab extra einen Tunnel mehr mitgenommen. Aber das ist... Disgusting. Gegebenenfalls brauche ich einen Sch... Der passt hier auch nicht hin. Ja, keine Ahnung, was ich damit machen will. Aber... Die halten das hier ja. Also von daher... Was sollen die Spawns hier unten eigentlich? Das ist doch auch... Das ist doch auch... Also das ist ein richtiges Troll-Level heute. Machen wir das so? Will ich aber gar nicht. Na, wir gucken... Wir gucken, ob's ohne geht. Wir gucken, ob's auch ohne geht. Das ist aber... Es ist besser, weil... Ich kann den hier machen. Viel Straße. Aber dann haben die hier einen Sinn. Ja, Leute. Das ist doch... Alles kein Ding. Ich kann da unten noch nicht lang. Hoffen wir mal, dass ich da gleich durch kann. Weil sonst habe ich ein Problem. Noch kann ich warten. Warum darf ich da nicht langen, Leute? Mach... Mach auf! Da das hier gespawnt ist... Ich wollte eigentlich mit der Brücke unten langen. Aber darf ich ja nicht. So, wir wollen zumindest hier nicht sterben. Autobahn, Autobahn ist gut. Ich weiß noch nicht, wo ich die Autobahn einsetze. Ja, ist okay, I guess. Ne, die gehen sich ja jetzt hier nicht sonderlich krass auf die Eier. Ja. Ja, wegen meiner, so. So. Haben wir eh nur eine Einfahrt. Ich will also auf dieser Straße so wenig Einfahrten wie möglich haben. Aber trotzdem so effizient wie möglich sein. So, und hier haben wir langsam ein Problem. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Was ist denn hier so klingt? Hm. Da ist halt richtig disgusting. Aber für einen sollte das reichen. Pass auf, passt auf. Ja? Ist das schlau so rum? Reicht nicht wirklich, ne? Aber guck mal. So haben wir eine wenige, also einen, wie heißt es denn? Die Ausfahrt geht nicht mit auf die Straße. Die fahren, auch wenn das ein kleiner Umweg ist, fahren die besser hier durch. Das ist so eine useless Optimierung, die man nicht braucht. Das gibt es ja auch in der Programmierung. Premature Optimization. Man optimiert, bevor es überhaupt Sinn ergibt. So, es ist egal, ob dein, was weiß ich, ähm, ja Brücken brauche ich jetzt auch nicht mehr. Es ist egal, ob, äh, Funktion A schneller ist als Funktion B, wenn das so Nanosekunden sind und dein Ding überhaupt nicht sieben Millionen mal aufgerufen wird, dass es Sinn macht. So, jetzt kann ich das hier rumziehen. Den kann ich oben rausführen. Haha. Den und Zweifel mit anschließen. Ja, es ist, es ist nicht das Schönste. Ja, aber es funktioniert. Und wir haben immer die Möglichkeit, hier nochmal runter zu branchen. Falls wir es brauchen. Nimmt die unnötige Kurve da raus. Dann passt das auch alles. Ich versuche immer meine Autobahn aufzuheben. Ich habe zwar keinen Tunnel mehr, aber... Guter Sport allerdings. Also hier muss ich eigentlich nichts machen. Du bist da, das ist schön. Guck mal hier. Ja, ihr seid auch alle schön, aber euch brauche ich hier gar nicht. Ne, also das ist, das ist fein, wenn die hier langfahren. Also... Interessant, ja. Ich warte mit dem Rest verbinden. Weil vielleicht spawnen die ja schlauer diesmal, wenn ich das lasse. Tunnel definitiv. Einmal rein. Mal zumal. Ich glaube... Ein Tunnel ist am Ende wichtiger zu haben, als eine random Brücke. Ich meine, I take it? Ich meine, I take it? Warum nicht? Ist generell sehr effizient. Aktuell sieht es gut aus. Der hier sieht nicht perfekt aus, aber... Auch nicht schlecht. Den kann ich bei Bedarf mit hier reinziehen. Ne? Wir behalten uns mal im Hinterkopf. Der ist da. Haha. Ihr wolltet doch nochmal einen Tunnel haben, ja? Ich brauche mal die Brücke wieder. Ne. Ich will tatsächlich... Die hier zusammenfügen. So. Auch nicht schlecht. Die Spawns sind aktuell... Magnifiek. So, das ist ein Kacklied. Was heißt das? Sign of Times von Harry Styles. Ja, Harry Styles. Komm mal. Heute ist kein Harry Styles Tag. So, was ist denn heute für ein Tag? Hm. Pumpen von den Black Eyed Peas. Das... Ja. Das... Das ist heute ein Tag. Dann können wir uns. Ha! Ha! So hört sich der Song in echt natürlich nicht an. Ne, was mache ich hier? Ihr könnt ruhig da alle ran. Ist das so effektiver als ohne? I don't fucking know. Wenn ich... Wenn ich, ähm... Wie heißt das? Ampeln habe? Nehme ich die natürlich. Für die Zukunft? Ich brauche erstmal Straßen. Ist vielleicht eine weirde Entscheidung. Aber. Aber, meine Freunde. Straßen sind das A und O. Damit ich hier so ein Bullshit bauen kann. Wie hier überall. Also, du kannst da rumschimmeln. Weil der Vorteil ist, das so zu machen. Die, die nach oben gehen und nach unten gehen, die treffen sich erst hier. Und da dürfte es keine Probleme geben. Dürfte. Hallo. Nach oben. Wenn dann schon ausgerechnet mit dem Rest. Brücken könnten interessant werden, wenn hier hinten irgendwas spawnt. Aber wir schauen mal. Wir haben aber immer noch im Zweifel... ...den Notfall airborne. Ja, guckt euch das mal an hier. Ah, keep on lockin' me. Oder wie auch immer. Talk to me, baby. 2-2, das reicht. Du bist... Du bist richtig scheiße gespawnt. Ja, ihr seid useless für mich, ne? Brauche ich den? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das hier passt. Wir holen uns nach der Security Autobahn. Ja, Leute. Ihr tut es, wenn ich dafür nicht vorbereitet wäre. To me, baby. Wie gehen die Lyrics eigentlich richtig? Talk to me, baby. Und wie geht es dann weiter? Warte, warte. Wo ist das denn? Okay. Talk to me, baby. Okay. I'm going blind for this sweet, sweet craving. Wo-oh. Okay. Natürlich. Ja, Leute. Ich brauch so viel. Doch, ich brauch so viel. Warte mal. Gott sei Dank. So viel brauch ich nicht, aber... Komm ich nicht durch, ne? Nee. Dann kann er da auch bleiben. So. Bisschen mehr anbinden. Nicht allzu viel, aber genug. Komm, es reicht. Hier, die fahren ja nicht mal los. Die müssen ja nicht mal losfahren. Guck mal. Das hier meine ich. Zack. Das läuft einfach. Das läuft einfach durch. Hm. Wie Butter. Du darfst ruhig Himmel dran. Ja, ich hab keinen Plan, was ihr da macht, aber... Hey. Spawnt ruhig. Wir gucken gleich mal mit... Ob wir da irgendwie noch was hinschieben können. Aber aktuell sieht ja generell sowieso alles nice. Aus. Na, wie war denn noch euer Wochenende? Haut doch mal einen raus hier. Ne, noch mal eine Security-Brücke, weil hier langsam... Langsam kann hier auch was fahren. Wie war denn euer Wochenende? Ich hab absolut nichts gemacht. So, fahren wir da lieber einmal drum rum. So. Ja. Find ich gut. Ist, 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 ist okay. Die zwei sollten das schaffen. Im Zweifel, hier sind, sind auch welche. I guess. Hätte ich lieber die hier rüberziehen wollen? Wahrscheinlich. Das ist fein. Ich will lieber dann von hier oben die hier etwas besser nutzen. Wegen meiner Sorum. Hey. So. Fahren wir bitte weg. Hier unten müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht mehr brauchen später. Aber aktuell nicht. Hier kannst du keine Autobahn machen. Ich kann alles. Geht du mal bitte kurz aus dem Weg. Wir müssen mal den Bullshit hier aufräumen. Ja. Also. Hups. So. Die können alle durchaus hier rein. Ja. Und ihr drei. Es wird eigentlich genug, dass ihr hier so einen longen Journey machen könnt, um da hinzufahren. Gut. Jetzt hätte ich die eigentlich auch wieder ran machen können, aber hey. Ha. Interessant. Pass mal auf. Pass mal auf. Ja, ja, ja. Geh mal weg. Ist das effizient? Wie immer. I don't fucking know. Aber es sieht gut aus. Also es sieht zumindest in meinem Kopf nice aus. So. Guck mal. Du kannst hier ran. Wohl musst du auch gar nicht, ne? Oder? 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 Ich hab lieber hier unten noch einen extra. Nur in einer Autobahn, ne? Würde ich so sagen. Ja, da wurde es gerade ein bisschen knapp, aber hey. Alles gesaved. Ja. Das ist ein guter Fluss. Das gefällt mir nicht ganz so, aber... Aber der Kreisverkehr scheint Vorrang zu haben, was natürlich nice ist. Frage ist, wird das hier jetzt auch mal weniger, oder? Ja, doch. Den, den haben sie unter Kontrolle. Den hier... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob die den unter Kontrolle haben. Ich weiß nicht, aber hier reichen definitiv drei. Und rein in den Aal. Schwarz gefällt mich hier gerade gar nicht so sehr. Ähm... Komm. Das würde ja wohl okay sein, ne? Ja, die treffen sich ja nicht wirklich. Das heißt, der ist wieder fein. Ja, hier. Ampeln. Klar. Was mache ich hier eigentlich? Hallo. Lass doch da los. Spare ich mir den Tunnel? So, und die eine Ampel, die schaffen wir ja, ne? Und... Ja, hier ist gesterns okay. Wenn der dazu kommt... Reicht das. Müsste reichen. So, und die habe ich gerade noch übrig. Die kann hier mitfahren. Um schwarz zu besorgen, damit das hier wieder besser ist. Ja, guck mal. So. Das hier auch kein Ding. Da kommt man jetzt ziemlich auch... So, direkt da rangekommt. So. Kommt hier unten genug an. Ja, würde ich sagen. Da, ja. Hier. Wahrscheinlich auch. Hier, ja. Solange noch welche in der... Ding sind, ist genug drin. Ja, weil es fährt weniger als fahren. Es fährt ja nur das, was auch gefragt wird. Gerne doch. Keine Ahnung, ob das uns hilft, aber hey. Ach, scheiß drauf. Okay. Das ist fein. Die können hier einfach abgehen. Absolut kein Thema. Da sehe ich kein Problem drin. Brauche ich noch mehr Brücken? Ja, im Zweifel lieber mehr Brücken. Falls irgendwo Bullshit spawnt. Na ja, wir hier irgendwie aushelfen müssen. Hier irgendwie oder whatever. So, ich gucke mal. Ob ich demnächst irgendwie nochmal eine Autobahn kriege, weil der hier gefällt mir immer noch nicht. Ja, die sind so scheiße gespawnt, ne? Kannst du auch nichts gegen machen. Der ist immer ein bisschen weird hier oben rechts, aber der hält. Ja, der spawnert da rein, ist mir auch scheißegal. Ihr seid da. So, jetzt ist die Frage. Können wir da was machen? Und ich würde sagen, ja. Wir haben sehr viel blau. Und wir haben noch eine Ampel übrig. Na, auf der Ecke. Natürlich kann da noch einer rein. Gefällt mir das da unten? Ist okay. Kein Ding. Gefällt mir das? Weniger. Da möchte ich gerne eine Autobahn gleich haben. Never mind. Naja, theoretisch sind hier genug dran verbunden. Gucken wir mal, wie das läuft. Das mit den ganzen Blauen hier ist halt... Schade. Kann ich das hier kreisverkehren? Ja, kann ich. Wie warten wir hier zu lange sonst? Na, die machen hier mal Pause und alles. Ich brauche hier einen geregelten Fluss. Guck mal, wie sich das staut da durch. Das muss dringendst... aufhören. Ja, ja. Jetzt kommen sie ja durch. Jetzt kommen sie durch. Ich muss gleich wieder okay sein. Ach du... Lass mal lieber hier ein, zwei mehr Merge-Lanes haben. Dafür weniger Staus. Got it? Got it. Ja, das ist absolut nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Können wir dagegen was machen? Wir haben hier unten eigentlich nichts, was wir dagegen machen können. Gut. Dann eben... Warte mal. Das hier ist eigentlich ganz gut gespawnt. Ich werde das hier womöglich rausnehmen können. Und hier Unterstützung rausfangen können. Kein Fan, aber... Ich guess, wir haben... Wir haben Unterstützung hier. Hier hinten ist viel zu viel Stau. Okay, der ist fein. Hier. Direkt dahin. Bitte. Ja, und du vielleicht noch hier ran. Und hier nicht mehr langfahren. Hier nicht mehr langfahren. Komm schon, komm schon. Kommt da noch einer an? Ja. Wo bleibt der Rest? Fahrt da alle hin? Sie fahren da nicht hin? Ich krieg... Ich krieg... Ich krieg einen Anfall. Da waren sieben Millionen von den Jungs. Von den Autos. Nö. Fangen wir nicht. Fangen wir nicht hin. Fangen wir nicht hin. Nö. Arschkekse. Ach. War okay, aber... Hätte besser sein können. Dann halt Dubai nächstes Mal. Ach du Kacke. Das wird auch nicht lustig. Aber hey, wir schauen sie uns an. Bye bye.